Kompetenz im Metall- und Anlagenbau hat einen Namen. MAB. Das Unternehmen tritt als Spezialist für die Konstruktion von Einzelteil- und Sonderkonstruktionen auf und bietet einen spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsplatz. Individuelle Wünsche werden fachgerecht, schnell und zuverlässig von MAB geplant und umgesetzt. Ob Herstellung und Montage von Türelementen, Fenstern und Fassaden, Schlosserarbeiten für Geländer, Treppen oder architektonische Sonderkonstruktionen bis hin zur Wartung und Service für Tür- und Torelemente. Bei MAB ist Ihr Anliegen immer gut aufgehoben. Zu den zufriedenen Kunden der MAB zählen sowohl zahlreiche öffentliche Auftraggeber wie zum Beispiel Universitäten, Gerichte oder Museen als auch Privatkunden. MAB Metall- und Anlagenbau – vielseitig, flexibel, kompetent.